Ansage.org Podcast von Daniel Matissek vom 23. April 2023. Titel Nach drakonischem Baerbock-Strafbefehl, Tim Kellner dreht erst richtig auf. Exklusiv für auf1.tv, ein alternatives unabhängiges Fernsehen, habe ich am 21.04.2023 den bekannten YouTuber Tim Kellner alias Love Priest zu dem Hammer-Strafbefehl gegen ihn interviewt. Zu acht Monaten Haft, ausgesetzt drei Jahre Aufbewährung plus 1.500 Euro solidarisch verfügter Geldstrafe, wurde er verurteilt. Dafür, dass er in seinem Videokanal einen lustigen und erkennbar satirischen Baerbock-Clip verwendet hatte. Der Love Priest zeigt sich kämpferisch und bleibt standhaft. Dass er juristischen Gegenwind erfährt, ist für Kellner, Betreiber des real-satirischen YouTube-Kanals Love Channel, mit fast einer halben Million Abonnenten, wahrlich nichts Neues. Und auch nicht, dass er dabei fast immer obsiegt, denn seine Äußerungen und Inhalte sind immer von der Meinungs- und Kunstfreiheit gedeckt. Das hält seine Gegner, die geschworenen Feinde von freier Rede und politischer Opposition, der linksgrünen Politriegen, freilich nicht davon ab, es immer wieder zu versuchen, Kellner mit zivil- und auch strafrechtlichen Schritten zum Schweigen zu bringen. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Kellner hält ihnen in seinen Videos schonungslos den Spiegel vor und überlässt es ihnen, sich selbst, sich zu entlarven und ihrer Stupidität zu überführen. Auf kaum einen trifft dies mehr zu, als auf Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, deren fremdschamwürdige Auftritte und fast schon legendären Stilblüten, Klammer auf Klammer auf Gefansterte Paarzeuge Ostkokaine Fressefreiheit Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden 360-Grad-Wende Die Molen Narko Klammer zu Für sich selbst sprechen Kellners Kanal Kellners Kanal ist dabei eine Art Mix aus der einstigen Rudis Tagesschau von Rudi Carell und TV Total nur noch viel lustiger und müsste als politisches Kabarett in einer intakten Medienlandschaft eigentlich im Hauptprogramm laufen. Schonungslos dem System den Spiegel vorgehalten. Im besten Deutschland aller Zeiten jedoch bleibt nur der Weg in die Gegenöffentlichkeit, mit allen bekannten Folgen. Kellner, nebenbei noch Präsident eines Motorradclubs, geriet ins Visier des NRW-Verfassungsschutzes und wird seit Jahren in den Systemmedien als rechtsextremer Rocker diffamiert und eben mit juristischen Schikanen überzogen. Was er aber jetzt erleben musste, war auch für ihn eine neue Dimension. Auf Veranlassung des Bundesjustizministeriums hin wurde ihm die gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung und Verleumdung nach § 188 Absatz 1 Absatz 2 Variante zweites Strafgesetzbuch, Klammer auf, in Verbindung mit § 194 sowie § 52 und 54 Absatz 1 Strafgesetzbuch, Klammer zu, zur Last gelegt. Neue Straftatbestand. Anlass war, wie Kellner im Interview erklärt, wohl ein gar nicht von ihm stammender Videoclip über Annalena Baerbock, den er lediglich in seinen Beiträgen geteilt hatte. Wie nervös und dünnhäutig die politische Nomenklatur der Ampel inzwischen ist, zeigt die völlig überzogene und unsouveräne Reaktion quasi von höchster Stelle den ansonsten heillos überforderten Justizapparat zur Abstrafung eines satirischen Kritikers Zweck zu entfremden. Eine politisch-linientreue Provinzrichterin am Amtsgericht Detmold will fahrte den Berliner Politgranden pflichtschuldigst und behandelte den Fall mit einer Priorität, die man sich bei tagtäglichen Sexual- und Messerdelikten aus dem Fachkräftenmilieu oder bei Fällen von Einbruch und Diebstahl sonst nur wünschen würde. Abnormes Strafmaß Außergewöhnlich drakonisch war auch das Strafmaß des Kellner zugestellten Strafbefehls. Außer der Bewährungsstrafe noch 1.500 Euro Strafzahlung zu zahlen an das UN-Flüchtlingshilfswerk. Ein besonders perfider Seitenheb des Gerichts gegen Kellner, dem angebliche Hetze gegen Migranten unterstellt wird. Obwohl der Love Priest nachweislich das genaue Gegenteil propagiert. Übrigens, bei dem Tatvorwurf gegen Kellner handelt es sich um einen neuen Gummitatbestand, mit dem der Linksstaat vor allem die Kriminalisierung politischer Gegner vereinfachen will. Kellners Fall zeigt exakt, wie missbräuchlich diese rechtliche Handhabe nun verwendet wird. Natürlich lässt sich Kellner nicht unterkriegen. Gegen den Strafbefehl wurde postwendend Widerspruch eingelegt. Im Auf 1 Interview erklärt er selbstbewusst, ich freue mich auf die Verhandlung und kündigt an, durch alle Instanzen zu gehen, bis zu einem Love Priest würdigen Urteils des Bundesverfassungsgerichts, wenn es sein müsse, so Kellner augenzwinkernd. Die Unterstützung seiner zahlreichen Fans ist dem Love Priest dabei sicher. Wer es noch mal sehen möchte, das Interview auf 1 TV mit Tim Kellner vom 21.04.23. 2 TV mit Tim Kellner vom 21.04.23